Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Haus. Im folgenden Film werde ich Ihnen unsere Seminarräume präsentieren. Wir kommen vom Eingang in das großzügige und helle Foyer im Wissensturm. Bei der Information bekommen Sie eine Zugangskarte mit einem Magnetcode, der Ihnen den Zugang zu den von Ihnen gebuchten Räumen ermöglicht. Wenn Sie mit Ihrem PKW anreisen, so können Sie und Ihre Veranstaltungsteilnehmer hier ebenfalls die Tiefgaragenparkkarte entwerten lassen. Dadurch ist der verkünstigte Tarif von 50 Cent pro halbe Stunde Parkdauer gültig. Am Weg zu den Liften kommen Sie an unseren Infomonitoren vorbei. Diese zeigen an, wie Ihre Veranstaltung lautet, in welchen Räumlichkeiten diese stattfindet, sowie den Beginn und das Ende der Veranstaltung. Somit wird Ihren Veranstaltungsteilnehmern die Orientierung in unserem Haus erleichtert. Das gesamte Haus ist barrierefrei ausgestattet und daher durch ein taktiles Leitsystem für Personen mit Sehbehinderung und durch Induktionsschleifen in allen Veranstaltungsräumen auch für Personen mit Gehörbehinderung bestens geeignet. Das moderne, in direkter Nachbarschaft befindliche, preisgünstige Hotel Ibis bietet sich mit seinem Drei-Sterne-Niveau als Übernachtungsmöglichkeit an, wenn Personen von weiter entfernten Orten anreisen bzw. ihre Veranstaltung mehrere Tage dauern sollte. Willkommen im Foyer eines unserer drei Seminarraumgeschosse des Wissensturms. In jedem Seminarraumstockwerk befinden sich fünf Seminarräume in den Größen von 47 bis 77 Quadratmetern. Die Nummerierung der Räume erfolgt im Uhrzeigersinn, wobei vor der Raumnummer immer die Stockwerksnummer angegeben ist. Die technische Standardausrüstung in allen unseren Seminarräumen ist ein Videoprojektor an der Decke mit einer Auflösung von 768 x 1024 Pixel. Ein Visualizer, dessen Funktionsweise einem Overheadprojektor gleicht. Weiters gibt es eine DVD-Videorekorder-Kombination, einen Radiokassetten-CD-MP3-Player und zwei Lautsprecherboxen mit Verstärker. Ein Flipchart mit Magnethalter befindet sich an der Tafel. Der erste Raum ist Raum Nummer 2. Die Standardbestohlung ist eine Klassenzimmerbestohlung für 19 Personen mit einem Tisch und einem Sessel für den Referenten. Mit den elektrischen Jalousien kann der Raum abgedunkelt werden, um ein Bild vom Projektor auf die ebenfalls elektrisch auszufahrende Leinwand optimal darstellen zu können. Hier sehen Sie Raum Nummer 3. Die Standardbestohlung hier ist ein U für 16 Personen. Auch dieser Raum lässt sich mithilfe der Jalousien abdunkeln. Nun sehen Sie den größten Seminarraum eines Seminarraumstockwerkes, den Raum Nummer 5. Die Standardbestohlung hier ist ein U für 22 Personen. Der Seminarraum 7 verfügt über eine Standardbestohlung von einem U für 19 Personen. Hier der Seminarraum im verdunkelten Zustand. Der letzte Raum mit einer Standardbestohlung mit einem U für 16 Personen ist der Raum Nummer 8. Natürlich lässt sich auch dieser Seminarraum abdunkeln. Je nach Absprache können auch andere Bestuhlungsarten und technische Anforderungen für jeden Seminarraum vereinbart werden. Werden diese rechtzeitig bekannt gegeben, also spätestens bis einer Woche vor Veranstaltungsbeginn, so sind diese Stellarbeiten im Preis unbegriffen. Hier sehen Sie einen Plan eines Seminarraumgeschosses mit Bestuhlung. Die gewünschte Ausstattung und die technische Ausrüstung sollte dem Team der Veranstaltungsorganisation spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben werden. Sämtliche Stellarbeiten und die technische Grundausstattung für alle Räume sind natürlich im Mietpreis inkludiert. Sollten Sie Interesse an uns gefunden haben und eine Anfrage bezüglich einer Veranstaltung in unseren Räumlichkeiten haben, so senden Sie bitte eine E-Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse In dieser E-Mail sollten Sie folgende Angaben bekannt geben. Das Veranstaltungsdatum Die Veranstaltungsdauer mit der Uhrzeit inklusive Ihres Auf- und Abbaus und der Vorbereitungszeit Nennen Sie uns auch den Inhalt und Titel Ihrer Veranstaltung Wie hoch ist die Teilnehmeranzahl sowie die gewünschte Ausstattung und die technische Ausstattung des gewünschten Raumes? Weiters benötigen wir Ihre Rechnungsanschrift, Telefonnummer und Ihren E-Mail-Kontakt. Gerne können Sie sich auch telefonisch unter der Nummer 0732 7070 43 68 oder aus dem Ausland unter 0043 732 7070 43 68 mit den Mitarbeitern der Veranstaltungsorganisation in Verbindung setzen. Auf Wunsch ist es auch möglich, die Räumlichkeiten im Wissensturm persönlich zu besichtigen. Hierzu möchten wir Sie bitten, telefonisch unter der soeben genannten Nummer einen Termin zu vereinbaren. Das ist auch möglich, die Räumlichkeiten im Wissensturm, die Räumlichkeiten im Wissensturm. Das ist auch möglich, die Räumlichkeiten im Wissensturm.